Tommy, hör mir zu, er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay, ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Wutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du wirst schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines bitte nicht jetzt, ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diesen. Was? Ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich diele mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Ich meine, sie sind hier. Ich bin hier, ich bin hier. Du, 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 du... Gute Nacht, meine Kleine. Hallo? Clara, Kleider, du musst mir deinen Daddy gehen. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit dem Sprechner also. Onkel Tommy, hallo? Was ist denn da los? Und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us. Und wir befinden uns hier gerade im Zimmer von der kleinen Sarah. Und wir haben jetzt erstmal die Aufgabe, ihren Daddy zu suchen. Telefon. Oh, es ist tot. Es ist tot. Okay, das Telefon funktioniert nicht. Das heißt, wir können ihn nicht anrufen. Ähm. Oh, was ist das denn? Oh, verdammt. Ich habe mich total vergessen. Oh, eine Geburtstagskarte. Oh, ist das süß. Lieber Papa. Also schön. Du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es, jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Ich habe dich lieb. Sarah. Och, ist das süß. You are not a fossil yet. Du bist noch kein Fossil. Zumindest jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ist das süß. Ist das süß. So, was haben wir noch? Ein paar Schuhe. Ein Trikot. Ein Bass- oder E-Gitarrenverstärker. Oh, sie mag scheinbar Fußball. Guck mal. Soccer. Ajax Hazard. Aha. Ein Spiegel. Ein Fußball liegt hier auch noch rum. Oh, geil. Cool. Naja, okay. Das ist ja cool. So, dann wollen wir mal gucken. Aber guck mal. Das spielt scheinbar im Jahr 2012. Ja gut, das Spiel ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter. Aber hinten steht es drauf. Los Angeles, Houston. Ist schon cool. So, mal gucken. Dad, bist du hier? Oh, ein schönes Bild von Enten. Wir gucken uns natürlich gleich erstmal um. Aber erstmal genau lesen, was hier... Und einmal umschauen, was genau hier abgeht. Hier ist das Badezimmer, okay. Hohe Aufnahme zahlen in örtlichen Krankenhäuser. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriösen Infektionen. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion erwartet. Polizei. Verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere... Was? Steht hier noch was? Ne. Okay. Interessant. Hier ist ein Handtuch. Zwei Handtücher. Okay. Naja. Gehen wir mal über den Teppich. Daddy, bist du hier? Wollen wir hier noch was? Ne, hier ist nur dunkel. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Da ist noch ein Bild von einem Hirsch. Hirsch. Da ist was explodiert. Und das Fernsehen ist auch weg. Okay. Irgendwas ist da draußen echt los, aber Strom gibt es scheinbar noch. Ähm. Und es stand ja in der Zeitung über mysteriöse Infektionen. Ich bin gespannt, wo das Ganze hingeht. Obwohl das Spiel ja schon ein paar Tage älter ist, sollte man es dennoch nicht verachten. Beziehungsweise... Da fährt die Polizei. Beziehungsweise, ich glaube, den meisten ist die Handlung ja bekannt, aber... Naja, man muss es trotzdem mal spielen. Vor allem, da jetzt auch der zweite Teil rausgekommen ist. Oh. Hm. Dann, wo bist du? Ruf an. Okay. Naja. Haben wir hier noch was in der Küche? Am Kühlschrank. Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst hier Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Papa. Oh, da war aber was. Guck mal. Der Reifen, der bewegt sich da draußen. Die Schaukel. Dad? Da ist er ja. Da bist du ja endlich. Sarah. Bist du okay? Ja. Hat hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen dran. Bleib einfach zurück. Seth, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Guck mal. Ich schwimme nicht mit ihnen. Sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad? Komm her. Komm her. Nein. Geh. Geh. Er hat ihn erschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht etwas Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Los. Los. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da nichts. Eine Ahnung. Scheiße. Da ist überall Blut. Ich meine, es lässt uns ein paar Haufen. Scheiße, es ist so gut, wie alle in der Stadt durchgegriffen. Wir gehen. Wir gehen. Oder so was. Weißt du mir, was passiert ist? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar. Danke. Radio ist auch tot. Ja. Kein Radio. Hier. Was geht zum? Der Berater spreche. Und wo sollen wir hin? Wer sagt, er? Das Militärbord Straßensperren darf. Kein Zugang zu Trappesco. Wir sind so schnell wie möglich weg. Die 71. Viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zur Felsenbeigene. Warum nicht? Ja. Ganz sicher. Was passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Ja, im Hinblick. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten es, sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hast du hier nicht in der Stadt gearbeitet? Warte, das stimmt. Alles gut. Glauben. Okay. Was machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind schauen. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr vorbei, Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Hm. Oh. Oh. Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, habe ich. Dreh hier, dreh hier. Opa, rennen die weg? Ich versuch's ja. Oh nein. Wir können hier nicht unterhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Ich bin da zurück. Hinter mir sind sie auch. Da, da, da. Verschalten, wahr. Tommy! Betty? Hey. Hey! Na los. Blöde Windschutzscheibe. Geh kaputt. Wir müssen raus aus dem Auto. Schnell. Okay. Man weiß nicht, du musst. Man weiß nicht. Die sind nicht. Ihr seid. Ich will dich, Kuntier. Dann leh. Dann in den Mund, witness dich. Dann leh. Dann leh. Dann leh. Mein Bein tut weh. Hilfe! Wir müssen jetzt rennen. Halt dich fest! Los Tommy, weg hier! Selbst in den Autos. Pass auf! Lass die Augen zu klein. Pass auf! Die ganze Tankstelle. Los, hier lang! Weiter! Kommt! Nicht in den Sinn, Sarah. Sieh einfach nur nicht ein kleines. Lass mich! Ich hier aus. Los Tommy, schnell! Oh! Ein brennendes Auto. Tommy! Nee! Ah! Ich bin direkt hinter dir, Tommy. Ich kann nicht schneller. Ich hab ein kleines Kind auch mal. Los zum Highway. Los! Du hast Sarah. Ich bin schneller als die. Uncle Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Schnell weg hier. Schnell hier durch. Los, los, los! Wir sind fast da. Komm hier! Los! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, nein! Los, los! Hei, so chekeleine... Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop! Meine Tochter, ich glaub ihr bei uns gebrochen... Totter, gehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich hab hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tom? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, das ist ein kleines Mädchen. Aber... Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Scheiße! Oh, nein. Sarah! Okay, mein Ding, kleines. Weiß frei. Ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich hab dich gezogen. Ich weiß, kleines. Es tut weh. Komm schon, Sarah. Bitte. Ich weiß, kleines. Sie ist bei... Sarah. Kleines. Kleines. Das... Die letzte von uns. Die letzte von uns.